hallo liebe schönen schüler heute geht es weiter mit gleichungen lösen und zwar heute mit der kategorie stufe 3 also wir haben immer schwierigere gleichungen in unserem ersten video zum thema gleichungen lösen bei dem ich auch an aufgaben aus dem westermann schulbuch orientiert ging es gleichung die hat einfach nur die form ax plus b sc dann im letzten video ging es darum jetzt kann man dann auch noch ein bisschen erst mal therme zusammenfassen bevor ich die gleichung löse und jetzt gehen wir in dem westermann schulbuch gleich mal auf die seite 76 das sind auch ein paar schöne knifflige aufgaben da und drüber ist auch ein merksatz wenn alle elemente aus der grundmenge die gleichung erfüllen dann sagt man die gleichung ist allgemeingültig und die lösungsmenge stimmt dann mit der grundmenge g überein und dazu gibt es jetzt hier auch ein paar richtig knifflige aufgaben und man soll halt jetzt jeweils die grundmenge g für angegebene grundmengen jeweils immer dann die lösungsmengen rausfinden und wir machen jetzt einfach mal die aufgabe 8 und dann schauen wir uns vielleicht auch noch ein paar von der aufgabe 9 an also legen wir los also das sind jetzt wirklich mal kniffligere aufgaben auch fürs gleichungen lösen also es ist auf der seite 76 die aufgabe 8 also es kann mal passieren dass gleichungen gar nicht lösbar sind oder dass bei jeder zahl die man für x einsetzen könnte eine wahre aussage rauskommt und was man hier wenn können muss sind auch die potenz gesetzt also wir haben 2 hoch 4 minus 3 zum quadrat in klammern x minus 7,9 minus 2 x ist gleich 5 zum quadrat minus 2,9 also muss ich auch ein bisschen potenz gesetze anwenden 2 hoch 4 ist 2 mal 2 sind 4 mal 2 sind 8 mal 2 sind 16 also habe ich auf jeden fall schon mal 16 minus 3 hoch 2 sind 9 x minus 7,9 minus 2 x ist gleich 5 zum quadrat 25 minus 2,9 16 minus 9 kann man natürlich zusammenfassen 16 minus 9 ergibt 7 x also habe ich 7 x minus 7,9 minus 2 x ist gleich und 25 minus 2,9 ergibt natürlich 22,1 gut jetzt bin ich hier an dem fall jetzt muss ich die x zusammenfassen und wer möchte da steht ja jetzt noch minus 7,9 als einzelne zahl kann die minus 7,9 gleich auf die andere seite bringen dann spart man sich natürlich schreibarbeit indem man jetzt hier rechnet plus 7,9 ich lasse es erstmal stehen um euch nicht zu verwirren also wir haben uns verschrieben natürlich 7 minus 2 ist natürlich 5 also einen schönen 5er 5 x wunderschöner 5er Tinte ausgelaufen 5 x minus 7,9 ist gleich 22,1 ist gleich 22,1 wir rechnen plus 7,9 und damit weiß ich dass 5 x gleich 22,1 plus 7,9 ergibt und das sind natürlich dann 30 also dividieren wir durch 5 und für x kommt 6 raus allerdings muss ich aufpassen und erstmal schauen was die grundmenge ist die grundmenge ist hier angegeben mit der menge der natürlichen zahlen 6 ist eine natürliche zahl also ist die lösungsmenge die zahl 6 nächste aufgabe b wir haben als gleichung 2x plus 12,1 geteilt durch 1,1 plus 0,5 zum quadrat x ist gleich minus 5,6 geteilt durch 0,8 also ihr seht man kann gleichung natürlich auch ein bisschen kniffliger machen die grundmenge soll wieder sein die menge der natürlichen zahlen ja was noch nicht zum rechnen dran schreibt man einfach nochmal an so wir haben 12,1 geteilt durch 1,1 das ergibt 11 warum wir müssen rechnen 121 geteilt durch 11 in 12 geht die 11 einmal rein rest 1 in 11 geht sie auch einmal rein also kommt 11 raus plus 0,25 müssen wir ausrechnen ergibt 0,25 x ist gleich und minus 5,6 geteilt durch 0,8 ergibt natürlich minus 7 ja was machen wir jetzt wir bringen fassen die zahlen zusammen 2x plus 0,25 x ergibt 2,25 x mal jetzt hier die 11 noch als einzelne zahl steht und ich die ja eh auf die andere seite bringen muss rechne hier an der stelle gleich minus 11 also ist 2,25 x nichts anderes wie minus 18 gut nächster schritt wir müssen jetzt 18 dividieren durch 2,25 ja wie löse ich das wir müssen unser Komma natürlich verschieben hier und da brauche ich eine Nebenrechnung also als Nebenrechnung muss ich rechnen 1,800 geteilt durch 225 und da werde ich feststellen das geht 8 mal rein 8 mal 5 sind 40 8 mal 2 sind 16 plus 4 sind 10 und 8 mal 2 16 18 geht genau 8 mal rein also ist jetzt mein x minus 8 jetzt könnte natürlich einer sagen hey schreiben wir in l ist minus 8 geht nicht weil die Grundmenge sollen ja die natürlichen zahlen sein und minus 8 wäre eine ganze zahl aber keine natürliche zahl also hätte man hier die leere menge für die leere menge gibt es zwei symbole entweder ich schreibe eine klammer ohne zahl oder das geht genauso ich nehme als das symbol der leeren menge einen kreis der durchgestrichen ist weil Grund minus 8 ist nicht in der menge der natürlichen zahlen enthalten also es ist die leere menge Beispiel c wir haben ein viertel x plus zwei ganze drei zehntel minus drei viertel in klammern minus ein halbes x minus 4,9 also sind schon richtig schöne aufgaben monster ist gleich 13 mal minus 1 fünftel und als Grundmenge haben wir die menge der rationalen zahlen also cool ja mal mit brüchen ein bisschen arbeiten ja hier habe ich drei viertel x minus ein halbes x muss ich natürlich erweitern ein halb sind zwei viertel also habe ich drei viertel minus zwei viertel ergibt genau ein viertel x also können wir hinschreiben ein viertel x plus zwei ganzes drei zehntel können wir umwandeln wenn wir wollen natürlich sind nichts anderes wie 2,3 minus ein viertel x minus 4,9 ergibt 13 mal ein fünftel naja gut 13 fünftel minus 13 fünftel hätten wir es gut jetzt kommt es ein viertel x minus ein viertel x fällt weg das kann auch mal passieren dass das x rausfällt jetzt steht hier da 2,3 minus 4,9 muss ich ausrechnen ergibt bekanntlich minus 2,6 also habe ich hier minus 2,6 ist gleich jetzt wenn ich minus 13 fünftel können wir ja mal umformen habe ich minus 13 geteilt durch 5 geht in 5 schon mal 2 mal rein Rest 3 und also Komma und dann in 30 geht sie 6 mal rein also kommt jetzt als ergebnis raus dass minus 2,6 gleich minus 2,6 ist kann auch mal passieren in dem Fall habt ihr jetzt hier eine wahre Aussage stehen das ist wahr und ihr könnt für x einsetzen was ihr wollt es wird immer das als ergebnis raum weil das x fliegt weg egal ob ihr für x jetzt 3,4,5,10 einsetzt 1 viertel mal 10 minus 1 viertel mal 10 fällt weg also kommt immer eine wahre Aussage raus also hätte ich jetzt hier eine allgemeingültige Gleichung ich kann einsetzen für x was ich möchte also wäre die Lösungsmenge in dem Fall die komplette Grundmenge g äh q äh weil die Gleichung allgemeingültig ist ich habe auch irgendwo ein Typix Maus also damit das kann auch mal passieren dass die Variable rausfällt und dann müsst ihr halt schauen ob hier eine wahre Aussage rauskommt wird jetzt hier rauskommen minus 2,6 ist gleich minus 3 oder so wäre das falsch dann gäbe es nichts was lösen kann weil immer was Falsches rauskommt hier hätte ich jetzt eine allgemeingültige Gleichung also wäre die Lösungsmenge die komplette Grundmenge q ja nächste Aufgabe d dann reicht es glaube ich auch wieder mit diesen kniffligeren Aufgaben oh da ist jetzt irgendwas passiert falls man es hört x mal 5,7 geteilt durch 1,9 minus 1 Neuntel das soll es sein 1 hoch 9 also richtig Potenzgesetze dabei und da muss ich natürlich aufpassen jetzt wenn ich 2 Drittel hoch 2 rechne ist es eine Kurzform für 2 Drittel mal 2 Drittel ich muss sowohl den Zähler als auch den Nenner mit 2 hoch nehmen also 2 hoch 2 ist 4 3 hoch 2 ist 9 also habe ich schon mal 4 Neuntel plus jetzt habe ich x mal 5,7 geteilt durch 1,9 sollte klar sein ist nichts anderes wie 3 mal x oder x mal 3 statt x mal 3 können wir auch schreiben 3x minus 1 Neuntel ist gleich 1 hoch 9 und 1 hoch 9 egal was die Potenz ist dementsprechend hier der Exponent 1 ist immer 1 also irgendwas hoch 1 hoch irgendwas ist immer 1 müsst ihr aufpassen wenn hier zum Beispiel stehen wird 1 hoch 0 käme als Ergebnis auch 1 raus also irgendwas hoch 0 ist übrigens auch immer 1 ist jetzt hier nicht der Fall also käme hier 1 raus damit können wir natürlich weiterrechnen wir haben 4 Neuntel minus 1 Neuntel und 3x 4 Neuntel minus 1 Neuntel ergibt bekanntlich 3 Neuntel ist gleich 1 also was rechnen wir? wir rechnen minus 3 Neuntel damit weiß ich dass 3x ein Ganzes minus 3 Neuntel sind ein Ganzes ist nichts anderes wie 9 Neuntel 9 Neuntel minus 3 Neuntel ergibt 6 Neuntel und das wird durch 3 dividiert und wenn ich natürlich jetzt 6 Neuntel durch 3 dividiere darf ich nur die 6 durch 3 dividieren und als Ergebnis kommt 2 Neuntel raus und die Lösungsmenge in dem Fall wäre jetzt nachdem die Grundmenge wieder Q sein soll also die steht hier da wäre die Lösungsmenge in dem Fall 2 Neuntel also auch sehr schöne Aufgabe kann man hier ohne Probleme die Grundmengen angeben ja das war's also mit komplexeren Aufgaben in der auch Potenzgesetze drin sind sozusagen die dritte Stufe unserer Kategorie Gleichungen lösen in diesem Sinne hoffe ich es ist ein bisschen was hängen geblieben macht's gut euer Herr Peter erst mal wieder und natürlich mit dem acji aus 點 vor Jahr